Hallo Leute und willkommen zurück hier bei einer weiteren Runde von DBD Schlachtfest. Als allererstes einmal eine stinknormale Runde mit dem Oni, die sich gewünscht wurde. Und ja, wir sind am Tempel der Reinigung, also eine Map, die tatsächlich sogar sehr akzeptabel ist. Und dann müssen wir jetzt nur noch hoffen, Leute zu finden. Und ich muss schon sagen, wer gestern von euch im Stream bei Lizzy dabei war, der weiß wahrscheinlich, dass ich... Das war aber mega dämlich von dir. Ja, wer da im Stream dabei war, der weiß, dass ich vergessen hatte, eine Folge vorzubereiten. Das heißt, diese Folge ist jetzt ganz frisch von Donnerstag. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr mir verzeihen könnt. Alter, ihr seid hier zu viert. Dass ihr mir verzeihen könnt. Das wahrscheinlich, solltet ihr die Folge um pünktlich zum Rauskommen schauen. Äh, dass die noch nicht in voller Grafikeinstellung erhältlich sein wird. Solltet ihr die nicht heute schauen, dann, äh, habt ihr kein Problem. Okay, gut. Machen wir das mal kaputt. Ah, ist noch weiß. Ich hab eigentlich fest damit gerechnet. Schade. Ich hab eigentlich fest damit gerechnet, dass da jetzt schon wieder jemand dran ist. Da ist ein Bill. Fuck. Na komm, dich krieg ich doch. Hä, was war das? Da fängt sie an zu lecken. Da fängt sie an zu lecken. Gut, also ein Problem für mich ist das jetzt nicht, ne? Aber trotzdem irgendwie seltsam. Sind wir mal ehrlich. So. Da müssen wir das Ding da mal abmachen. Da müssen wir das Ding hier mal kaputt machen. Und was? Sie ist frei. Wer hätte damit rechnen können? Huch. Oh, hi. Na? Doof gelaufen. War ja auch noch kaputt. So. Fertig. Komm mal mit, hm? Äh. Entscheidungsschlag. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich glaub, es hackt. Toll. Ich hab echt solches Pech mit, äh, dem Timing gerade. Und du hast Pech, dass du mir schon wieder... Also du hast irgendwie auch echt Probleme mit dem Internet, Kollegin. Ich hab grad extra das Hochladen der letzten Uri-Folge abgebrochen. Also an mir kann's ausnahmsweise mal nicht liegen. Da hinten ist jemand lang gerannt. Na? Das war nicht deine klügste Aktion. Sind wir doch mal ehrlich. So. Kügelchen mitnehmen. Unter welcher Hütte ist die Kükelche? Pronto, pronto, Salvatore. Hi. Na? Hey, bleib stehen. Warum rennst du auf einmal so weg? Vor allem, wie kannst du auf einmal so schnell wegrennen? Bei Sprintboost oder so kann das eigentlich nicht sein. Weil du bist ja schon vor mir weggerannt. Ich frag mich, wie er auf einmal so schnell geworden ist. War's vielleicht der King-Perk? Ich hab keine Ahnung. Kann alles sein. So. Erstmal aufheben. So. Schubidubidu. Daneben. Ah. Daneben. So. Denkst du wirklich, dass ich jetzt noch renne? Vergiss es. Ein aufgeladener Angriff funktioniert genauso gut. Lalalalala. Ich glaube nicht, dass die Runde so erfolgreich sein wird. Ich bin ganz ehrlich. Aber... Mann, ist hier viel Blut. Komm, noch ein ganz kleines bisschen. Ganz klein wenig. Los, lad mich auf. Los, bitte. Oh, hi. Na komm, lad mich doch passiv auf. Oder ich lade mich einfach aktiv auf. Funktioniert besser. Weil eigentlich hat er ja auch eine ganz kleine passive Erholungsrate. Tja. Wenn man nicht rechtzeitig dazu kommt, das Zeug umzuschmeißen. Dann liegt man halt mal auf dem Boden. Da hinten. Das Problem ist... Hä, warum hört das auf? Selbst schuld. Ich hab dich trapsen hören, weil du gerannt bist. Weißt du, die haben wir mal losgesprintet und einen Kumpel versuchen runterzuholen. Dann hätte ich die gar nicht mitbekommen. La, 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 la. Und wie viel Blut ist hier schon wieder? Was ist mit den Leuten los? Die verbluten alle halb. Hi Fengmin. Du. Ey, da war ein Baum. Jetzt ist die Olle weg. Hi. 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 Fengmin. Bleib hier. Jetzt. Hä? Du scheiß Legger. Wie ist das passiert? Da war ein Loch. Und ich bin in das Loch gefallen. Ah. Also das war jetzt scheiße. Ist die auf einmal wieder hinter mir? So. Mach ich halt keinen aufgeladenen Angriff. Ist mir jetzt auch egal. Meine Güte. Okay, aber man muss sagen, sie hat sie, äh, Fengmin hat sich ja jetzt auch schon zweimal in meine Arme rein teleportiert. Dass sie sich jetzt mal raus teleportiert, ist, äh, ja. Eigentlich nur fair, trotzdem mega scheiße. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, und sie hat ihren Kumpel da jetzt runtergeholt. Zwei sind schon tot? Wann sind die denn gestorben? Die eine gerade. Ja, die eine habe ich gerade zum dritten Mal aufgehangen, das ist klar. Aber die anderen? Keine Ahnung. Wann sind die denn gestorben? Also, der andere. Hey, Bill. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Hm? Ich weiß doch. Mach dir keine Sorgen. Ich häng dich schnell wieder auf. Dann ist alles wieder gut. So. Einmal Bill ausgeschaltet. Wo ist die andere? Da hinten irgendwo. Na, wenn die nicht weiß, wo die Luke ist. Luki. Luki. Paar Pünktchen holen. Luki. Mal ein bisschen Luki-Luki machen. Oh. Hier, komm. Mach weg den Mist. Wenn die jetzt in die Luke reinrennen sollte, ja? Ich hau irgendjemanden. Aber nein. Okay. Hier darfst du durchrennen. Da ist die Luke auf keinen Fall. Und dann war es das mit Fangman. Oh, yes. Das Schöne ist, das habt ihr eh noch gar nicht mitbekommen. Ähm. Ich hab Blutschlang gespielt. Und wir haben ja das Event noch. Also von daher. Das gibt schön viele Punkte für uns. Das gefällt. Und ausgeschieden. Mi, 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 mi. Dann jetzt nochmal ein bisschen Zorn aktivieren. Das wird keine gute Runde. Mi, 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 mi. Ja, ich hab's nicht erwartet. Genau wie bei mir gestern. Ich hab mich außerdem nicht aufgeregt. Was war denn hier? Mi, 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 mi. Jetzt kommt. Mi, 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 mi. So. Ich muss jetzt erstmal Schatzi zusammenscheißen. Mi, 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 mi. Ui. Ähm. Ja. Doch. Freunde. Ich würd sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Und, äh. Wir hoffen mal, dass die Runde genauso gut läuft wie gerade eben. Bis gleich. So. Da wären wir auch schon wieder zurück. Warte. Da hab ich auf Aufnahme gedrückt. Ja, ich hab auf Aufnahme gedrückt. Sehr schön. Und unsere jetzige Aufgabe ist es, den Geist zu spielen. Also quasi spielt der Livestream-Geist den DbD-Geist. Und, äh. Ich habe ein fettes Add-on, womit ich mich richtig schnell bewegen kann. Und, äh. Ich darf Leute nur schlagen, wenn ich gerade aus der, äh. Wenn ich mich gerade enthüllt habe. Oh ja. Zieh's runter. Komm. Das war mega dämlich von dir. Es tut mir leid. Es war mega dämlich von dir. So. Die Wassermelone liegt. Da hinten ist eine Plodette. Da ist eine. Eine Nähe. Das Problem ist. Dass ich mich ja jetzt gerade nicht enthüllen darf. Äh. Dass ich ja jetzt nicht zuschlagen darf. Und die Wassermelone liegt wieder. Schubidubidu. Dann machen wir das Ding hier mal noch kaputt. Und verhüllen uns wieder. Hi, Mac. Ja, komm. Ja, sehr schön. Die Wassermelone willst du aber auch wissen. Lass mich in Ruhe. Nimm die Wassermelone. Wassermelone. Schade. Da muss ich mich wohl wieder verhüllen. Ah, jetzt hat er sich mal ein bisschen mehr beeilt. Und wow, ist die Betäubung lang, wenn man sich währenddessen enthüllt, weil man geschlagen wurde. Warum machen das so wenige Leute? Dass sie einem Geist das Ding auf den Kopf hauen, wenn der sich gerade entschwobbelt. Die Betäubung ist mega lang. Oder es wirkt nur so, aber es sah gerade richtig lang aus. Was sagt Schatzi dazu? Ich finde auch, dass es länger aussah. Und warum? Weil die meisten Geister wahrscheinlich nicht so nah an Paletten bleiben. Während die sich entschwobbeln. Oh, hi. Na? So. Ich muss sagen, dieses Geklemper geht mir ja schon ein bisschen auf den... Entschuldigung. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn jetzt hin? So, okay. Einmal daneben geschlagen. Wie hat sie sich vor allem an mir vorbeigeschmuggelt? Wie ist sie denn durch mich durchgekommen? Schwobbel, schwobbel. Diese Challenge da eben hier. Ja. Na, zieh's runter. Danke. Kann ich das hier nämlich zerstören? Dir schön hinterherrennen. Und dich erwischen. Haha. Jetzt, nachdem wir langsam alle Paletten wechseln... Ist hier unten eigentlich der Keller drunter? Nein, wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre ja zu schön, wenn der Keller da unten drunter sein würde. Wenn der Killer da plötzlich unten drunter sein sollte, würde es mich ein bisschen verwundern. Bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wie du dann da wieder rauskommst. Das wäre schon fragwürdig. Das kann ich mal kaputt machen. Hallo. Freunde. Ja, die nächste Palette. Ich dachte, ich hätte jetzt hier alle. Es gibt immer noch eine. Das kennen wir doch. Wie jetzt? Ernsthaft? Da befreit die sich einfach selber. Haha. Ach Gott. Ernsthaft. Warum immer? Warum immer Entscheidungsschlag? Was hat die denn versucht? Keine Ahnung. Mit komischen Links-Rechts-Bewegungen. Es wirkt so, als hätte sie nicht gewusst, dass du in der Verhüllung nicht schlagen kannst. Dann wollen wir mal die Nächsten suchen. Ist das hier? Das ist noch. Hi. Na? Na, Meg? Aber ihr spielt gut zusammen. Das muss man euch lassen. Ja, ja. Komm, mach das hier weg. So langsam müsstest du aber echt alle haben. Na, Clodette ist jetzt tot. Wassermelone ist tot. Oh toll. Oder auch nicht. Das war scheiße von mir. Nein, ich meine, wenn ich sie noch einmal erwische. So. Also Clodette ist jetzt tot. Wassermelone ist tot, wenn ich sie noch einmal kriege. Brauchen aber auch nur noch zwei Generatoren. Das darf man nicht vergessen. Oh, ich bin gar nicht verhüllt. Jetzt bin ich verhüllt. Ich habe nämlich das Add-On drin, dass ich mich wesentlich schneller bewege, wenn ich verhüllt bin, wie man sieht. Und dafür ein bisschen langsamer, wenn ich normal gehe. Deswegen, das ist eigentlich das perfekte Add-On für diese Challenge hier, da ich sowieso nur schlagen darf, sobald ich mich gerade enthüllt habe. Naja, und dazu noch, dass ich, wenn ich verhüllt bin, innerhalb von zwölf Metern Überlebende sehe. Schatzi, hört gerade nichts mehr? Jetzt wieder. Ja. Mein PC macht langsam auch sehr seltsame Sachen. Wassermelone! Alter Kumpel! Alter Kumpel! Na? Das Problem hier an der Geschichte ist... Ah! Wie habe ich mich denn da gerade festgebissen? Wie ist das denn passiert? Das Problem an der Geschichte hier ist... Das hier ist scheiße mit dem langsamen Enthüllen. Das ist verdammt scheiße mit dem langsamen Enthüllen. Aber... Da war er zu langsam. Und da ist ein Keller auch wohl gemerkt. Ja, aber wo... Ja, gibt das mehr Punkte? Ich weiß es gar nicht. Schwieriger rauszuholen als... Der ist eh hinüber. Hier hinten sind aber auch keine Generatoren mehr. Die haben sich hier drüben die alle gemacht. Weil ich da... Weil ich auf der anderen Seite im Amok gelaufen bin. Der ist aus. Da war auch keiner dran. Der war auch aus, glaube ich, ne? Ja, hier drüben sitzen sie. Eigentlich. Aber wo sind sie hin? Wenn sie noch in der Nähe wären, würde sie sich mal angezeigt werden. Jetzt bin ich verwirrt. Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Am nächsten. Suchen die vielleicht den Luca? Hat einer von denen den Schlüssel? Könnte gut sein. Wie gesagt, die... Da ist jemand. Hi. Die Kollegen werden mehr auf... Ach ja, gut. Mit Sprintboost, ne? Das verstehe ich nicht. Warum sie nicht da durchgehüpft ist. Das verstehe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich hätte doch locker dann an ihr vorbeigeschlagen. Wenn sie jetzt nicht... noch einen Haken geschlagen hätte. Nee, hier hinten ist auch kein Schwein dran. Und es ist keiner da. Ich kann mir echt vorstellen, dass die halt die Luke gerade suchen eigentlich. Wenn ich Kollegen hier nicht gerade erwischt hätte. Sie hat sich gerade sterben lassen. Also die Luke ist wahrscheinlich irgendwo in Sicht. Nennen wir das so. Mit Sicherheit. Ja, dann ist das so. Wow, 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 wow. Also entweder steht er gar nicht. Der steht nicht neben der Luke. Also sehr seltsam. Sind wir einmal ehrlich. Das ist sehr seltsam. Muss aber nichts heißen. Wie wir wissen. Was muss nichts heißen? Wenn man jetzt einen Schlüssel hat, kann man sie trotzdem wieder aufhören. Ja, ja, aber man muss sie ja trotzdem erstmal wieder finden. Nee, mich hat es einfach nur verwirrt, dass sie sich hat sterben lassen, obwohl der Letzte nicht neben der Luke war. Hallo. Hi, Mac. Denkst du, du bist sicher? Nicht ganz. Sorry. Tut mir leid. Niemand, der dritt dem Tod, ist was Feines. Das ist was ganz Feines. Und wenn du jetzt noch meine Nemesis gewesen wärst, hätte ich dich sogar noch morien können, weil sich Hass aktiviert hat. Ach, schade. Naja. Schöne Runde. Gefällt mir. Wow, eine interessante Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sie mir mit diesen beiden lilanen Add-ons wahrscheinlich auch wesentlich leichter gemacht habe, als sie eigentlich wäre. Aber es hieß nur, ich darf nur nach dem Enhüllen schlagen. Nicht, dass ich keine Add-ons dazu benutzen darf. Von daher, Mission erfüllt. Gut, Freunde. Ja, wir gucken uns doch an, gegen wen wir so gespielt haben. Und dann, oh, guck mal. Nehmen wir doch noch mit. So eine kleine Daily. Das sieht auch supi aus. Rang 4. Respekt. Und da war tatsächlich ein Schlüssel dabei. Und es war auch wirklich die Mac. Das müsste Nikitschk gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das hier war die Claudette, das hier war der David und ich dachte, das hier war die Mac. Jedenfalls hat sie zwei Sachen von der Mac. Was nichts heißt, aber trotzdem. Gut, Freunde. Wir sehen uns gleich zur letzten Runde wieder. Bis dann. So, Freunde. Letzte Runde. Der Cowboy ist wieder in der Stadt. Und dann, oh Gott. Endlich kann ich euch auch mal diese Map zeigen. Lizzie kann es bezeugen. Durch das Blute-Event hatte ich jetzt, und nach den beiden Runden und von dem, was ich noch so gespart habe, hatte ich, ich glaube, knapp über 600.000 Blute-Punkte, die es jetzt auszugeben galt. Und, ähm, hi, na? Komm, noch runter zu mir. Ja, ich hatte knapp über 600.000 Blute-Punkte und er ist jetzt auf Level 31, bis ich das allererste Mal in meinem Leben die, äh, die Opfergabe bekommen habe, dass ich auf diese Map hier komme. Weil die habt ihr in diesem Let's Play hier noch nie gesehen. Hi. Und ich selbst habe auch nur einmal in der Test-Kill-With-Your-Friends-Runde auf dem Beta-Build auf dieser Map hier gespielt. Und das nur, um den Killer mal auszuprobieren und sich die Map anzuschauen. Also, das hier ist meine erste offizielle Runde auf der neuen Map. Und, äh, mir gefällt die richtig gut. Richtig gut gefällt die mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen die Tore. Die sind so schön. Ich habe keine Ahnung. Hallo, Steppenläufer, na? Ich hätte dich fast abgeschossen. Ja. Der Steppenläufer. Schade. Schön wär's gewesen. Na? Jui? Was? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Hä? Was ist mit dir, du olle Schrulle? Einmal ist sie einfach weg. Einmal ist sie einen halben Zentimeter hinter mir. Wow, das war viel zu hoch. Das war viel zu hoch. Na? Oh. Ich dachte, hier ist irgendwer. Schubidubidu. Hallo? Ich kenn mich hier nicht aus. Oh, na? Ich kenn mich hier trotzdem nicht aus. Wie jetzt? Ach komm. Als ob. Also, letztes Mal auf der Coldwind Farm lief das wesentlich besser. Wie weit ist die Harpune eigentlich? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, die ist halt gar nicht mal so lang. Ja, eigentlich hätte ich den hier mit einem Roten Memento Mori spielen wollen. Dann wollte ich mir aber lieber die Map mal richtig anschauen. Was nicht funktioniert, wenn du die ganze Zeit Leute suchst. Und die spielen ziemlich gut, muss ich ihnen lassen. Vor allem die Jui, die immer weg ist. Aber, ähm... Ja. Mal schauen, ne? Was noch so wird. Hi. Komm mal zu mir. Finde ich nämlich nicht gut. So kommen die Leute wenigstens schön davon abhalten, die Dinger fertig zu machen. Ja. Ach, das war gar nicht der. Ich dachte, hier ist jetzt jemand anders rangehüpft. Ich bin total verwirrt. Ich bin ganz ehrlich. Ich raff hier gar nichts mehr auf der Map. Heiner? Hab dich schon gesehen? Ich hab dich schon gesehen, Kumpel. Ach, ich hab nicht nachgeladen. Scheiße. Scheiße. Okay, sein Angriff ist nicht sonderlich lang. Oh, was war das denn gerade? Das war ja peinlich. Ey. Ah, das ist Jui. Jui. Das ist Kumpel. Lass es einfach. Ich weiß, dass die Jui den jetzt fertig macht hinter mir, aber... Und jetzt ist mir gerade der rechte... Ah, jetzt geht er wieder. Der rechte Kopfhörer ging gerade nicht. Hat sich mal wieder verabschiedet. Ach, ich dachte gerade, hier sitzt jemand. Also, wir halten fest, diese Map ist, äh... Echt gewöhnungsbedürftig, wenn man sie zum ersten Mal richtig spielt. Ach, komm schon. Also, heute hab ich echt kein Glück mit dieser Harpune. Du weißt, dass du hier manche Türen aufbrechen kannst. Ich hab absolut keine Ahnung. Nein? Okay. Es gibt ja ab und zu hier so zugenagelte Türen. Die kann man wohl irgendwie aufbrechen. Ich hab keine Ahnung wie, aber ich weiß, dass es wohl geht. Gibt es? Gibt es. Das ist interessant zu wissen. Okay, er hat wirklich verhältnismäßig einen ziemlich kleinen, äh, Lunchradius. Letter Versuch mit dem Ding. Komm, wie kann der mich denn noch weiterblenden, obwohl ich komplett in die andere Richtung geschaut hab, wie man sieht. Frag ich mich auch immer, aber es geht. Das ist doch eigentlich nicht möglich. Ja, wahrscheinlich sowas hier, ne? Genau. Okay, nein, wusste ich nicht. Tatsächlich. Gut, dass du es mir sagst. Boah, wie weit ist sie jetzt schon wieder weg? Na? Ich hab echt kein Glück heute. Das ist echt... Irgendwie wie verhext. Na, da ist der Nächste. Tatsächlich ist mir der sogar lieber. Aber ich krieg gar keinen. Ich krieg echt keinen. Also, den muss ich wirklich wieder üben, weil ich ihn... Ich find ihn so toll, aber ich kann ihn nicht mehr. Lizzie ist ja auch ein großer Freund von ihm. Aber... Oh, ja. Es macht so einen Spaß, ihn zu spielen. Ende leider nichts daran, dass ich richtig kacke bin. Und jetzt hab ich ihn... Ach nee, da ist er lang gerannt. Ach, ich dachte grad, da wäre er. Aber das war nur einer der Kollegen. Er sitzt oben. Ja, da sitzt er. Komm runter da. Ja. Der ist ja gleich an. Ja, jetzt... Nee, doch nicht. Das ist gar nicht der hier. Willst du den nicht vielleicht anmachen? Nein? Dann hätte ich nämlich niemanden drittem Tod für dich im Angebot gehabt. Aber so? Yes. Na komm. Das war knapp. Dies war es wahnsinnig knapp. Okay. Da ist niemanden drittem Tod. Ich hoffe... Ich hoffe, dass Tod denn da ist gut versteckt. Darauf hätte ich nämlich keinen Bock, wenn das da jemand finden würde. Ach, da hast du die Tore. Ja. Cool. Cooles Ding. Ehrlich. Gefällt mir. Vor allen Dingen, die machen auch sehr schöne Geräusche, wenn man die aufmacht. Okay, kann sein. Ist gerade jemand lang gerannt? Ich weiß es nicht. Vergiss es! Vergiss es, Olle. Du machst das Tor nicht auf. Nicht mit mir. Wenn ich sie jetzt da ran hänge... Ist die gleich raus. Wenn ich sie da ran hänge, habe ich wenigstens noch eine ganz kleine Chance. Oh, dann hänge ich sie mal da hin. Ich hoffe, ich reiche soweit. Ja, gerade so. Lade nach! Wir sind hier nicht bei Left 4 Dead. Aber ich habe nachgeladen. Hapuna Matar... Oh, eine Luke. Okay. Entweder habe ich komplett nicht getroffen, oder... Ähm... Es ist echt wesentlich kürzer, als ich dachte. Da hinten bist du? W-w-w-w-w- Das war David King. Okay, das hat man an der Bewegung gesehen. Dass das David King war. Wärst du mal da hinten geblieben? Hättest du wenigstens die Chance gehabt, dass ich noch... Und ich glaube, der Ace ist einfach raus. Oder war das die Yui? Ich habe keine Ahnung. Die haben so komische Namen. Irgendwer ist raus. Jedenfalls. Hallo? Noch jemand da? Da hinten. Da ist was gerannt. Die Frage ist, rennt es da hier zum Ausgang, oder... Rennt es zu... Dwight? Ah! Die Yui ist raus. Hä? Wo ist er hin? Ist er da hoch? Rede mit mir! Zu ihm! Als ob! Der ist hier hoch. Oder ist er hier rein? Ja. Weil die Dinger haben wirklich ganz plötzlich aufgehört. Die Kratzspuren. Schatz, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du mit mir reden musst? Ich kann kein Charade. Du hörst doch eh nie auf, wenn... Das stimmt überhaupt nicht. Und das weißt du selber. Weiß ich das? Ja, das weißt du. Puh, puh. Oh, yes. Ähm. Luki. Luki. Vielleicht kann ich die Luki noch zumachen. Nein. Gut, dann halt nicht. Gut, Freunde. Ähm. Drei ziemlich gute Runden, muss man sagen. Die letzte wäre wahrscheinlich auch besser gelaufen, wenn ich die Map gekannt hätte. Oder, äh, ja, ich wollte gerade sagen, oder wenn ich das Memento Mori benutzt hätte. Dann hätten wir die Map aber auch nicht gehabt. Also, logischerweise wäre das dann noch ganz anders gelaufen. Spielt aber dafür auch keine Rolle. Drei Tote sind auch ausreichend. Sind wir doch mal ehrlich. Zwei mal vier, ein mal drei. Ist... Lässt sich sehr sehen. Sind wir. Sind wir ganz ehrlich. Und, Freunde, ihr müsst unbedingt neue Sachen in die Kommentare schreiben. Und ja, ich meine in die Kommentare. Es reicht nicht mehr, eine WhatsApp-Nachricht damit zu schicken. Für diejenigen von euch, äh, die eine, äh, die meine Nummer haben. Bitte in die Kommentare schreiben. Alles andere wird nicht akzeptiert. Und, äh, wünscht euch doch einfach irgendwie mal den Fallensteller oder den Geist oder den Hinterwettler. Die Krankenschwester, den Doktor, die Hexe, den Wandler, die Jägerin, den Kannibalen, den Albtraum, das Schwein, den Clown, Ghostface, die Seuche, die Legion, das Gespenst, den Demogorgon, den Oni oder den Todesboten. So, Freunde, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und, ja, bis dennne. Tschüss. Tschüss. Wünscht euch irgendwas.